Moin Leute! Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Wobbly Live am heutigen Tag zusammen mit German. Let's play! Hallo! Du bist ja noch gar nicht im Spiel. Nö, komm, Bob. Warum? Du hast mich den letzten Part echt fertig gemacht. Warum? Ich hab nix gemacht. Hallo! Hallo? Achso, oh, was machst du denn da auf meinem Kopf? Alter! Was soll das denn? Bleib ich jetzt? Oh, okay. Ich dachte schon. So, Mängel, du hast mir ein Geschenk versprochen. Ey, das ist Belästigung. Boah, Alter! In dem roten Haus müsste es sein. Komm mit. Okay, warte, ich versuch das... Pass ich durch die... Ja! War das hier? Ja. Warte, wo? Oben? Oben. Okay. Aua. Hilf mir. Hier war das. Ja! Ah, nice! Als ob das geht! Oh, ich bin auf dem Dach! Als ob! Ich hab mich einfach... Hä? Bin ich? Aber ich... Ja, ich bin auch im Haus. Okay. Leute, Ziel ist immer noch ein Auto. Und zwar ein Cabrio. Und dann hätte ich super gerne den Monster Truck. Hallo! Wo ist das Geschenk? Ja, du hast es schon. Da, wo du drin warst. Habe ich es eingesammelt? Ja, musst du ja. Nee. Jetzt... 85, Alter! Uuuuh, Junge! Wir bräuchten eigentlich nur noch einen Job. Und dann könnte ich mir vielleicht bald das Auto kaufen. Lass doch noch mal ein Geschenk holen. Ich spüre eins gerade. Ja. Guck mal, wie ich aussehe. Warte, wie siehst du aus? Ich bin Müll. Das wäre eigentlich perfekt für den letzten Job gewesen. Ach stimmt. In der letzten Folge waren wir nämlich grandiose Müllmänner, Leute. Das war richtig geil. So, warte mal. Was gibt's denn noch für coole Jobs hier? Krankenhaus waren wir schon. Müllmänner waren wir auch schon. Höh! Der Zug! Keine Zugfolge, jetzt lass es! Ja, warte, wir müssten aber wirklich... Nee. Wo fährt denn der Zug? Der Zug will hier... Ja, okay. Das ist schwierig. Aber da oben ist irgendwas mit Automechaniker. Ey! Ja, WhatsApp-Job! Nein! Nein! Was machst du denn da? Ich mache ein bisschen Geld parat. Aua! Nee, kannst du allein den Job machen. Okay, mach ich halt alleine. Mir doch egal. Ich muss doch für dich arbeiten. Es macht keinen Unterschied für mich, ob du dabei bist oder nicht. Was soll das denn heißen? Dass du nichts machst. Kriege ich dann auch Geld? Nee. Wow. Alter, wie kann man so schlecht sein? Ja, guck. Du merkst halt, ohne Paletto läuft nicht. Ja. Ist ja unfassbar, was ist das denn? So, ich mache jetzt einen auf Automechaniker. Nein! Ich bin doch jetzt fertig, Bruder. Also, ich weiß gar nicht, ob es den Job tatsächlich gibt. Aber das ist doch ein Automechaniker-Symbol. Ich bin gleich bei dir. Schatz die Mausi-Hasi. So, warte mal. Ich teste nur mal. Nein! Ich bin jetzt gerade... Ich bin fast raus. Oh, guck mal. Das ist das Cabrio. Das, was ich mir kaufen möchte. Weil das ist echt nice. Zack. Schön Cabrio fahren. Guck mal. Das Wetter ist geil. Hat auch gutes Tempo. Muss man sagen. Auch gute Straßenlage. Zack. Springt wie ein junger Ochse. So, hier ist jetzt angeblich... Genau. Ich bin da. Hast du einen Job für mich? Hallo. Guten Tag. Ich würde hier gerne arbeiten. Hä? Oh, ja. Top. Junge. Geiles Ding. Einfach nochmal 45 bekommen. Hä? Aber kann ich hier reinfahren und mein Auto dann tunen? Warte, warum hast du 45 bekommen? Weiß nicht. Ah, das kann ich echt erst machen. Okay, wenn ich ein eigenes Auto habe. Okay, ja, komm zu mir. Weißt du, wo ich bin? Ja, ich sehe dich. Hast du ein Geschenk gefunden? Ja, genau. Da in dem Haus drin ist ein Geschenk. Wo bist du bitte? Da bei dem Pizzaladen. Ja, du kommst doch da gerade angefahren. Boah, bist du weit weg gefahren ohne mich? Überhaupt nicht. Oh, lass uns ins Kernkraftwerk. Da werden auf jeden Fall Geschenke sein. Ah, ein Pizzaladen. Nee, hier, hier zu mir. Hier. Wie? Und da? Das ist aber sehr versteckt. Hallo, darf ich bitte? Zwei Trottel, der eine will rein, der andere will raus. Warte, warte, warte. Ich fülle mit. Ich habe gerade einen Erfolg bekommen. Look at me, Grandma. Weil ich 1000 Dollar hatte. Als ob. Junge, du bist ja mega. Obwohl, das hatte ich bestimmt schon. Weil ich habe ja eine Folge ohne dich gemacht. Aha. Du warst ein Ring? Da warst du halt gar nicht da. Was? Was ist das? Können wir heiraten? Ich glaube das ist... Aua. Das kannst du fürs Haus kaufen. Ach nee, hier kannst du... Das ist so ein Ding, was du zurückgeben kannst, glaube ich. Ah, Metalldetektor-Job ist hier... Nee, du kannst den Ring. Ah, not permanent. Oh Gott. Bloß back, Alter. Die Sachen sind halt nicht permanent. Wenn du den einmal kaufst, dann ist der in der nächsten Folge weg. So wie ich. Warte, ich komm mit. Papier. Ah, nee. Nicht wieder aussetzen. So, komm mit. Wir holen uns jetzt... Wir machen jetzt einen Job in Kernkraftwerk. Weil da sind, da sind tausend, ja bestimmt. Also wirklich, wenn da keine Geschenke sind, dann weiß ich auch nicht. Da muss irgendwas sein. Junge, den fahren wir um. Ja, komm, komm, komm. Schön, sei nicht. Oh, Alter. Hast du den Buben? Du tippst dir die Krippe runter. Oh Gott, oh, ja, warte. Oh nein. Na ja, alles. Ah, wir hängen, wir hängen. Ah, okay. So, hallo, wir haben hier einen Termin. Vielen Dank. Fahr mal ruhig. Ah, ja, perfekt. Als ob, die haben sogar aufgemacht. Die erwarten uns. Ja, drück mal die Garage auf. Hallo. Oh, was ist das denn? Das ist ja krass. Hier ist tatsächlich. Help us with this toxic waste. Okay. Catch barrels, load into truck. Drive to, okay. Sehr gut. Ah ja, da kommen die Fässer. Nimm du das, äh, 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 ich nehm das wegen Gefahr. Ich nehm das Richtung, okay. Okay. Dann müssen wir das auf das Auto laden. Und dann müssen wir die wegfahren. Also hier auf die Palette. Ja, genau. Hä, ist explodiert. Nee, nee, du musst das, hopp, ich glaub hier musst du's draufladen. Da explodiert alles. Oh Gott, ja, es ist auch wieder explodiert. Hä? Wo müssen wir das denn hinpacken? Aua, es brennt so. Aua. Was ist denn das? Ich hätt' gedacht auf die Palette, oder? Oh Gott. Ist das, nee, aber das eine ist, das, das muss da drauf. Hundertprozentig. Nee, nee, meins ist nicht explodiert im Auto. Okay. Die müssen einfach nur rein. Aber jetzt stimmt, da steht immer noch Discoast. Achso. Ja, wir müssen's ja wegbringen. Okay. Ja, ja, okay. Dann noch eins. Ja. Ja, doch, jetzt sind wir fällig. Okay. Jetzt steigen wir ein. Ja, ich fahr schon. Wohin, Mami? Oh, wie, oder fahr ich? Oh nein, ich fahr, ich hab' einen kleinen Unfall. Oh nein. Ja, Daniel. Ja, jetzt, okay. Wohin? Äh, das weiß ich nicht. Das wäre halt nicht so smart, oder? Wenn wir hier runter... Nein, fahr nicht hier runter. Oh nein, was machst du denn? Ich mach' das. Vorsichtig. Ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Los mich, los mich. Da links ist das Ziel in Norden. In Norden ist das Ziel. Nein, hier ist das Ziel. Wie soll ich da hinkommen? Doch, doch, fahr gerade auf. Weiter, rechts, rechts, rechts. Fahr auf die Straße. Auf die Straße? Ja, ja, fahr auf die Straße. Fahr auf die Straße. Jetzt links, 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 links. Nicht so schnell. Ja, keine Sache. Ich bin ein krasser Autofahrer. Okay, Folge der Straße bis zur nächsten Kreuzung und dann links. Oh, ist hier eine Kreuzung? Ja, abwarten. Ich sag ja bis zur nächsten Kreuzung. Nicht hier, nicht hier, nicht hier. Ich weiß, ich erkenne Kreuzung. Genau, und jetzt hier links. Ganz vorsichtig, ganz vorsichtig. Das ist eine Kreuzung. Och, ich drück einfach direkt auf Stopp. Jetzt links, 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 links. Genau, und vorsichtig. Jetzt wirklich ganz relaxed, ganz relaxed. Ah, du brauchst gar keine Angst haben. Kannst du dir auch nicht schließen? Nein, 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 nein. Vorsichtig. Okay, vorsichtig. Wir sind fast unten. Wir dürfen jetzt keine mehr verlieren, weil wir schaffen das nicht wieder zurück und rechtzeitig hier noch hin. Doch, doch, doch. So, ganz langsam. Ganz langsam, Stopp, Stopp. Ganz rechts. Genau, 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 genau. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und jetzt? Wofür sind die Gerätschaften? Da frage ich mich gerade. Okay. Ja, wir können es auch... Oh, ich steige aus. Ich steige aus. Ja. Nicht den Hebel drücken. Ja, ja. Ich bring einfach rein. Okay. Oh Gott, ich habe direkt zwei. Ja, das will ich nicht. Oh, nee. Eins ist im Auto explodiert. Nein, das hier ist auch explodiert. Warum? Gib Louis die Sachen. Hey, hey. Hallo, Louis. Was? Guck mal, ich gehe auch zu Louis. Drei von fünfundzwanzig. Ne, drei von fünf. Nein, 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 nein. Rechts stand gerade drei von fünfundzwanzig, weil es wohl eine allgemeine Aufgabe gibt, die... Die möchte, dass wir ihm fünfundzwanzig geben, dann passiert irgendwas. Oh, guck mal hier. Hier hat man auch einen Burger. Was passiert denn, wenn wir ihm das geben? Hier, Louis. Bitte sehr. Ah, jo, es wird egal sein, womit wir ihn füttern, oder was? Nein, 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 nein. Das glaube ich nicht. Er isst's? Ja, aber ich glaube... Ah, es ist nicht passiert. Oh, der kotzt. Ja. Tut uns leid, Louis. Und hier, Minderkraft? Magst du das? Aber kann ich da nicht selber reinlaufen? Nee. Ja, Minderkraft, du schaffst es. Frist das, Louis. Magst du meine Kraft? Oh, ja. Und er hat Geld gespuckt. Ja, toll, 30. Der ist doch besser als nix. Nee, da hätte ich lieber ein Geschenk gesammelt. Jetzt bin ich aber gespannt, ey. Was da passiert, wenn man ihm 25 Stück gibt? Oh, das ist eine gute Frage. Können die Zuschauer bestimmt beantworten. Wenn wir aber... Ja, genau, bitte nicht beantworten. Wir werden es selbst herausfinden. Irgendwann werden wir Louis so füttern. Ich glaube, dann explodiert Louis einfach. Oder er flieht. Verwandelt sich. Naja. Willst du deiner Mutter? Nein, nicht beide. Nee, hat ihr nicht vor. Ich habe nur Angst vor dir. Wieso? Weil du ein Fettfinger bist. Ein Fettfinger. Hallo, Sir. Suchst du nach einem Geschenk? Nee. Ich habe das gefunden, was ich wollte. Eine Wand? Ja. Okay, sehr gut. Spider-Man. Oh, halte dich mal fest. Oh, oh, ja, okay. Am besten nicht... Doch, hinten geht auf. Ja, ich habe es unter Kontrolle. Ich werde sterben. Ich fliege genau ins Wasser. Du bist immer noch drin? Du hast mich hingebracht. Nein. Achso. Du hast mich komplett in die Luft gesprengt. Jetzt bin ich bewusstlos im Wasser und ertrinke. Alter. Das war so ein gezielter Mord. Nee, war es nicht. Also ehrlich nicht. Ich habe es aus Versehen gemacht. Dafür hole ich mir jetzt ein Geschenk. Hast du da eins? Ja, ich denke, hier ist eins drin. Das sieht zumindest genau danach aus. Ja, ich sehe eins. Als ob. Ich komme. Ich komme. Ne, meins. Oh ja, Alter. Das ist ja eine krasse Villa. Hallo. Bitte, da ist noch eins drin. Oh ja, ich sehe es. Oh, die ist echt cool. Ja, aber die kostet bestimmt auch ordentlich. Ja, das haben wir doch. 35, krass. Einfach fast die 400-Folge gemacht. Also wir können hier rein. Ist doch sehr luxuriös. Oh Gott, kannst du mir helfen? Nee. Ich muss ein Geschenk sammeln. Ich bin hier leider ein bisschen dumm zwischengefallen. Oh ja. Alter, das sieht geil aus. Guck mal hier. Komm mal mit. Ja. Ich bin eine Runde duschen. Und einer geht währenddessen auf Toilette. Oh stimmt. Durch das Geräusch. Und ich gucke zu. Oh ja. Ich kann es mich anfeuern. Hey, du schaffst das. Da habe ich nichts. Ah, da war es. Okay. Oh, ich bin fertig. Er ist halt schon da. Es reicht. Ja, irgendwie gibt es kein Geschenk hier drin. Nee. Vielleicht draußen? Nee, vielleicht nur ein Geschenk pro Ort. Was für Abzocker. Äh, bei hier hinten. Guck mal, was geht denn hier ab? Aber es gibt noch ein Nachbarhaus. Aua. Richtige Luxusgegend. Hier leben die Reichen und schön. Nee, nee, nee. Das wird zu einfach, wenn da jetzt noch so eins drin sind. Ja, ja, nee. Ja, wir sind auch die Reichen und wir sind die Reichen und so hier. Oh ja, hier ist ein Geschenk. Bam, nochmal 35. Uh, ja. Oh, hier ist auch überraschenderweise noch eine Toilette. Oh ja. Dann wird in dem nächsten Haus auch noch was drin sein. Was mich aber gerade irritiert ist. Oh ja. Guck mal. Wo bist du denn? Ich bin unten. Naja, warum ist hier das Reichenviertel? Wenn man nämlich da hinguckt, sieht man direkt noch den Smog von dem Atomkraftwerk. Ja, weil... Das ist irgendwie nicht so zusammen. Ja, aber du bist versorgt. Mit Energie immer. Ja, und mit Gift. Ja. Immer. Das ist ja ein gutes Kraftwerk. Atomkraft. Atomkraft. Ja, ja. Bitte. Das hätte ich auch... Oh, hier ist eins. Oh, warte. Oh, sogar richtig viel Geld. Oh, Alter. Ich habe eigentlich schon freaking 500. Alter, wir werden really rich. Arme Wurst. Wie viel hast du denn? 1200. Was? Du hast 1200? Ja. Alter, du bist so reich. Okay, Leute. Das war es mit einer kleinen Runde von The Warbly Live. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Schaut unbedingt bei German Let's Play vorbei. Das Ganze auch bei der Videobeschreibung verlinkt. Und habt alle noch einen Traum. Auf den Tag. Haut rein. Ciao, ciao.